Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt wieder Wochenupdate. Ja, heute mal in einer ganz ungewohnten Position und zwar auf meinem Game of Thrones Tisch und das liegt daran, weil ich diese Woche nur ein einziges Steelbook bekommen habe von Savi und das Wochenupdate wirklich sehr kurz ist, aber ich zeige es euch jetzt, weil man kann ja nicht jede Woche weiß ich wie viel bekommen und ich war ja jetzt auch auf der Börse und so und deswegen diese Woche nur ein Steelbook von Savi und das zeige ich euch jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall das Steelbook, was ich bekommen habe. Einmal Paddington 2 von Savi, leider ohne deutschen Ton. Ich zeige euch erstmal die Informationen, da könnt ihr ja mal auf Pause drücken, wenn ihr wollt. Das Spiel kennt ihr ja schon. So und jetzt kommen wir zu den wirklich richtig, richtig schicken Steelbook. Das ist die Vorderseite vom Steelbook, da ist dieser goldene Rand alles geprägt und rundherum diese, zum Vorhand der ist so ein bisschen in Seidenmattglanz und der Hauptteil hier, der ist in Hochglanz. Jetzt seht ihr auch schön hier die Rahmenprägung hier oben bei Paddington 2 ist der Schriftzug auch geprägt und sogar hier ist dann die Rahmenprägung doppelt geprägt. Also das ist wirklich ein richtig, richtig schickes Steelbook zum Film Paddington 2. Leider kein deutscher Ton mit an Bord. Auf der Rückseite etwas trist gestaltet, aber auch recht schick hier mit diesem Spruch und das Design wird auf jeden Fall fortgesetzt. Wenn wir das Ganze aufklappen, sieht das denn so aus. Passt wirklich super, super zusammen und man kann auch sehr gut auf dem Spine Paddington 2 lesen. So, innen drin haben wir dann auch einen richtig, richtig schicken Indruck. Ich nehme jetzt mal die Disky raus. Hier ganz normale Blu-ray Disc, leider wie gesagt ohne deutschen Ton und dann haben wir hier noch einen richtig schicken Indruck mit den ganzen Sehenswürdigkeiten von London. Ja, ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf den Film. Den hatte ich ja schon einmal vorgestellt, die deutsche Emory, weil ich ja wusste, dass ich dieses Steelbook noch von Savi bekomme, aber durch den Zoll und diesen ganzen Zeug ist das leider ein bisschen in die Länge gezogen worden. Ja, das war jetzt schon mein Wochenupdate für diese Woche. Ein einziges Steelbook von Paddington 2. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfsner Boxing. Ciao!